Ein exklusiver Mercedes-Benz C180 steht hier zum Verkauf. Das schwarze Kopie bietet ein Höchstmaß an Reisekomfort. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 9000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2013. Das Kopie besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Xenonscheinwerfer, Navigationssystem, Sportfahrwerk, Sportpaket, Sportsitze und vieles mehr. Der Oberklasse-Benziner gibt eine Leistung von 156 PS an einen Automatikgetriebe ab. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017